Ja meine Freunde, das Spiel ist aus. Wir verlieren das Spiel zu Hause. 2 zu 1 gegen Heidenheim nach einer wunderschönen Choreo, nachdem die Fans alles gegeben haben, nachdem alles angerichtet war für drei Punkte, hat es nicht gereicht. Nicht mal für einen Punkt am Ende. Ja, und man hat das Spiel irgendwie gefühlt in der ersten Halbzeit verloren. Wir gehen natürlich jetzt gleich näher darauf ein. Wir sprechen komplett über das Spiel. Wenig gut, wenig schlecht fand. Ihr seid vor allen Dingen gefragt. Schreibt mal rein, wen ihr gut, wenig schlecht fand. Unten reinschreiben. Ihr kennt das Ganze. Lasst gerne schon mal einen Däumchen nach oben da. Machen wir die 600 Likes für wenigstens die nächsten sechs Punkte, die ganz, ganz wichtig werden. Machen wir schon mal voll. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir hatten gerade eben drei Leute, haben noch gefehlt zu den 24.700. Und dann starten wir rein. Für die Leute, die Bock haben, gleich noch Livestream zu sehen. Wir sind ja noch auf Knife Live und schauen uns das Topspiel an. Könnt ihr also gerne reinkommen, wenn ihr Bock habt. Aber erstmal fangen wir chronologisch an mit dem Spiel und der Aufstellung. Also, Aufstellung war eigentlich so wie erwartet. Ohne Änderung. Hätte, glaube ich, jeder von uns vor dem Spiel auch so unterschrieben. War alles okay. Keine Überraschung dabei. Weiser fiel ja weiterhin aus. Alles gut. Genau die Jungs mussten sozusagen auch spielen. Alles top gewesen. Klar, wollte mal, da hatten wir ja schon mal das Thema, hätte man nach dem Bayern-Spiel noch mal eine Chance geben müssen. Jetzt ist das Ganze, oder dieser Push sozusagen, den wir dann jetzt geben können, ja auch weg. Also, die Aufstellung hätte jeder vorher unterschrieben. Die Bank sah tatsächlich so gut aus wie noch nie, muss man sagen. Wir hatten auf der Bank Malatini, Christian Groß, Navi Keita wieder dabei, Isak war mit dabei, Skelly Alvero war dabei, Kovnacki, Borei, Woltemade. Skelly Alvero kam übrigens auch heute rein. Hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Top in den Zweikämpfen gewesen. Auch mal so eine Grätsche da direkt ausgepackt. Genau von diesen Grätschen habe ich euch schon mal erzählt gehabt. Kopfbälle, alle gewonnen, also 100% in der Luft, alle Zweikämpfe gewonnen. Trotzdem waren Stars auf jeden Fall zwei, drei andere Spieler. Denn, obwohl wir 2-1 verloren haben, möchte ich direkt von vorne rein. Freunde, wie soll ich das nennen? Wie soll ich die nennen? Xenelinin. Ich weiß nicht, wieso wir so lange auf den Typen verzichtet haben, am Anfang der Saison. Der hat das ja schon gegen Bayern gezeigt gehabt. Das ist genau das Gauten-Profil, was er jetzt zeigt, wofür wir ihn geholt haben. Ein Spiel gemacht, mir fehlt ein Wort dafür gerade. Ich sage jetzt einfach meinen Worten, aus meiner Sicht, Weltklasse. Weltklasse bei einer Niederlage, dass ich das überhaupt mal über einen Spieler sage, ist schon krass. Xenelinin hat alles abgerissen, alles. So viele Zweikämpfe gewonnen, so unfassbar viele Bälle verteilt, eine Traumflanke auf Romano Schmid gemacht. Einfach nur genial. Also der Mittelfeld, Denker und Lenker in jeglicher Form. Hinten, ey, eigentlich ist 3-1 hat er alleine verhindert, wo der Ball ganz scharf reingespielt wird und er mit einer Grätsche dann nochmal wegkommt. Geisteskrankes Spiel gemacht, Xenelinin. Wirklich ganz, ganz brutal. Nächstes Riesenlob, bevor wir weitermachen, Malatini. Er kommt rein für stark in ein schwieriges Spiel. Ein laufendes Spiel. 2-3 Mal so souverän antizipiert. Ganz, ganz stark nach vorne weggeteilt. Überragend, auch immer wieder diesen Weg nach vorne gesucht. Man merkt aber auch bei dem, und das ist halt das, was ich auch schon mal ein paar Mal gesagt habe. Ich glaube, dass hier Malatini auch als Rechtsverteidiger zum Beispiel sehen könnten, zukunftsmäßig. Er hat schon den Drang, auch immer wieder nach vorne zu gehen. Das ist natürlich in der Dreierkette so eine Sache, aber er hat das verdammt gut gemacht. Richtig, richtig starker Auftritt von Malatini. Malatini muss man einfach hier unbedingt loben, bevor es in Vergessenheit gerät. Auch Alvero nach Einwechsel hat mir gut gefallen, aber Xenelinin und Malatini waren für mich absolut meine Man of the Match. Mit ganz weitem Abstand, muss ich ganz, ganz klar sagen. Ja, trotzdem fangen wir chronologisch an. Zwölfte Minute kriegen wir das erste Gegentor in einer Ecke. Also diese Ecke, diesen Standard musst du eigentlich mindestens 100 Mal den Jungs jetzt in den nächsten Tagen zeigen. So lange zeigen, bis jeder sieht, wie man eine Ecke nicht verteidigen sollte. Wie kannst du Meloni, ich weiß nicht, ob der Sorge rauskommt, Meloni, Meloni, so freilassen. Der Junge löst sich, läuft ein, komplett ohne Brede, ohne jemanden drumherum. Er läuft einfach rein und köpft ihn rein. Er hat gar keinen Gegenspieler. Er hat einfach gar keinen Gegenspieler. Richtig geisteskrank, also sehr, sehr schlecht verteidigt. Darf dir niemals passieren, in der Zwölfth-Minute. Und jetzt kommt leider ein kleiner Kritikpunkt, den ich nochmal anheften muss. Vor allem, wenn du neun Minuten vorher eine 100-Millionen-Prozentige durch Stay hast, rennt am Keeper vorbei, trifft dann leider den Pfosten mega unglücklich. Mit diesem Gegentor bei Kombination neun Minuten später noch unglücklicher. So was, wenn du nach drei Minuten führst, 1-0, mit der Kurio und all dem im Hintergrund, sag ich, verlierst du dieses Spiel nicht. Sag ich persönlich. Stay, muss man allgemein sagen, hatte am Anfang sehr, sehr viele Wackler gehabt. Also hat sich lange schwer getan, hat sehr nervös gewirkt. Später hat sich richtig reingekämpft. Vor allen Dingen übers Kämpferische wurde wirklich richtig reingekämpft, muss man auch sagen. Aber anfangs war, hat er sich ganz schön schwer getan. Man hat gemerkt, dass diese Szene ihm, glaube ich, selber auch sehr zu schaffen gemacht hat. Selber sehr in seinem Kopf war. Aber wer will es ihm verdenken? Ja, 18. Minute, dann Angriff über Ernst Dinchy. Marvin Dux will den mit der Brust so zurückspielen oder beziehungsweise ablegen. Macht daraus aber irgendwie eine Halbvorlage in der Hälfte von Heidenheim für den Heidenheimer. Der spielt einen Doppelpass mit Dinchy. Dinchy rennt die Linie komplett durch. Zetterer noch dran bei seinem Abschluss. Und dann Janiklas Bess in der Mitte, völlig frei, schießt ihn rein. Nächster Riesenfehler. Wie können denn bitte drei Abwehrspieler von uns, drei Abwehrspieler. So was hackt mich dann richtig ab, ne? Drei Abwehrspieler gucken alle nur auf den Ball. Rennen zum Ball. Also Rennen zu Zetterer ist doch schon raus. Zetterer ist doch schon raus. Mach doch den Raum zu. Janiklas Bess kommt angelaufen. Da musst du bleiben. Den musst du verteidigen. Nicht dann auch noch mit zum Ball rennen. Zetterer ist doch schon da. Was hast du da vorgehabt? Ich habe es nicht verstanden. Zu dritt drei Bremer Verteidiger und ein Janiklas Bess. Und alle gucken nur auf den Ball und wollen rüberrennen zu Zetterer. Da musst du Janiklas Bess verteidigen. Das Gegentor darfst du niemals so bekommen. Niemals. Das macht mich richtig wütend. Vor allen Dingen, weil wir kriegen ein Standard-Gegentor. Und dann ein zweites, wo du denkst, wir stehen seit Wochen so gut in der Abwehr. Was macht ihr da heute? Was war das denn? Das habe ich nicht verstanden. Man muss allgemein aber auch noch mal ein Riesen-Kompliment an Heidenheim geben. Junge, wie geisteskrank gut kann man eigentlich Standards schießen? Janiklas Bess, jeder Standard war so ein halber Elfmeter gefühlt. Geisteskrank. Also wirklich völlig verrückt. Die Standards von Heidenheim. Richtig, richtig gut. Zu unserem Nachteil natürlich. Aber brutal gut gespielt. Muss man einfach so sagen. Ja, 19. Minute machen wir dann das 2-1 der Anschlusstreffer durch Romano Schmid. Sennelinen, Weltklasse-Flanke, muss man sagen. Genau so muss die kommen. Romano dann mit dem Kopf. Macht den dann rein. Meter vorm Tor, Gott sei Dank. Aber das war wirklich richtig, richtig stark. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Jetzt gucken wir uns mal ein paar Statistiken an. Gehen dann 2-1 zur Halbzeit. 2. Halbzeit hat überwiegend dann wirklich wir gespielt. Sehr, sehr viele Chancen gehabt. Viel zu wenig draus gemacht. Cezara übrigens eine Riesen-Chance rausgeholt. Und da schießt er den Ball, nachdem er den Ball eigentlich fängt, ich glaube, an der Ecke war es. Genau in den Lauf von Marvin Dux. Der kann den Volley nehmen und schießt original so geradeaus gegen den Torwart. Kannst du auch keinem erzählen. Standards übrigens auch so ein Ding. Ich würde sehr, sehr gerne auch Marcel Nelinen, gerade auch heute, weil sie wieder gezeigt hat, wie ihr den Ball verteilen könnt, was ihr für Flanken macht, was ihr für Bälle spielt. Gerne auch Marcel Nelinen bei so Standards sehen. Weil, also, unsere Standards im Vergleich zu die von Heidenheim zwar schon spektakulär schlecht, in Anführungszeichen. Wir haben übrigens auch, ich weiß gar nicht, wir haben einmal durch Stade den Vos getroffen, einmal nach dem Kopfball Vos getroffen. Ich glaube, wir haben zwei oder drei Mal Aluminium sogar getroffen. Super ärgerlich. Trotzdem in der Statistik, mehr Expected Goals für Heidenheim. Ganz knapp aber. 2,01 zu 2,3. Ja. Elfschüsse neben das Tor zu sieben, neben das Tor. Beide drei aufs Tor. Heidenheim hat von diesen drei aufs Tor zwei gemacht. Wir halt eben drei aufs Tor und einen gemacht. Wir hatten mehr Ballbesitz. Deutlich höhere Passquote lag vor allem daran, dass Heidenheim immer direkt so nach vorne gegangen ist. Das ist logischerweise am Liedern weniger Passquote, heißt aber im Grunde genommen nicht viel. Laufdistanz, leicht mehr gelaufen von Heidenheim. Sprints, relativ ausgeglichen gewonnenen Zweikämpfe, leicht mehr für uns. Ecken 5 zu 10 und das war, boah, bei jeder Ecke echt eine Zitterpartie. Die meisten Abschlüsse bei uns hatte Marvin Duxch drei Stück, leider nichts bei rumgekommen. Marvin Piring hat zwei bei Heidenheim. Passeffizienz, Stay, Kovnatski, Niklas Stark. Laufdistanz am meisten gelaufen, Jens Stay. War übrigens lange auch mit dem Mann gleich auf, war am meisten gelaufen zu Meloni. Meloni war auch gefühlt überall, dass er überhaupt das Spiel durchmachen konnte, trotz Rehberkarte auch krass. Schnellster Spieler war er in Dinti, hat man auch gesehen, zu Felix Argo, gewonnen Zweikämpfe, Stay zu Piringer. Wie gesagt, Stay hat sich krass ins Spiel reingekämpft, trotz dessen für mich Mann des Tages, Sennelinen. Wenn man bei Stay die ersten 20 Minuten wegdenkt, oder was heißt wegdenkt? Es war halt diese Chance und dann hat er sich schwer getan. Aber er hat im Allgemeinen, wie gesagt, sich sehr stark reingekämpft und dann ein gutes Spiel gemacht. Was müssen wir natürlich daraus trotzdem mitnehmen? Wir verlieren leider zwei Spiele gegen den Aufsteiger. Ist natürlich super, super bitter, darf dir auch nicht passieren. Heidenheim ist keine schlechte Mannschaft. Heidenheim ist wirklich, die spielen eine brutale Saison, das muss man einfach so sagen. Die stehen jetzt nach dem 21. Spieltag aktuell auf Platz 8. Völlig verdient auch. Überzeugen einfach auf ganzer Linie. Wir konnten leider am Positiv-Trend nicht anknüpfen. Das ist halt so, müssen wir jetzt abhacken, weil wir auch nicht so viel Zeit haben. Das nächste Spiel gegen Köln steht an, was brutals wichtig ist. Ja, aber hier sehen wir es halt. Wir jetzt gerade auf Platz 10 mit 26 Punkten. Wer spielt denn noch? Hoffenheim spielt noch vor uns, genau. Hoffenheim spielt noch und hinter uns spielt sonst nur noch Köln und Mainz. Ja, genau. Das auf jeden Fall mal dazu. Für uns kommen jetzt zwei sehr, sehr wichtige Spiele gegen Darmstadt und gegen Köln. Da müssen wir auf jeden Fall sechs Punkte holen. Für mich ganz, ganz wichtig. Diese zwei Spiele musst du gewinnen. Das Spiel musst du aufarbeiten, abarbeiten und dann eben Haken dran machen. Aber jetzt, wie gesagt, Köln jetzt am Freitag schon direkt in sechs Tagen und dann gegen Darmstadt. Das wird halt wirklich sehr, sehr sportlich. Schreibt mir mal eure Meinung rein. Wie fandet ihr extrem gut? Wie fandet ihr schlecht? Nicht, wie auch immer. Trotzdem will ich nochmal sagen, gigantisch. Die Choreo, brutal, was die Wernerfelser abgerissen haben. Richtig geil. Ich habe überall Gänsehaut bekommen, Diego im Weserstadio wiederzusehen. Auch wenn es nur am Fernsehen war. Es war für mich absolut welt. Super, super geil. Ja. Und dann gibt es von mir eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Mal mal einen Haken dran. Ihr checkt gerne. Wie gesagt, den Livestream ab. Wir sind ja jetzt noch live. Gucken das Topspiel zusammen, wenn ihr Bock habt. Seid ihr eingeladen. Herzlich. Und sonst hören wir uns morgen wieder. Ich muss mich danach auch erstmal erholen. Nach dem nächsten Stream jetzt noch. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.